Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spongebob. Wir machen hier gleich weiter, sind in der Dunkelheit weiter fortgeschritten und müssen immer noch drei schöne Bilders finden, damit wir den ganzen Spaß der guten Mrs. Puff dann wieder abliefern können. Nimm die Zunge rein, ich sag's dir nicht noch einmal. Okay, was ist hier? Brauchen wir jetzt die Sandy, weil hier eine Bushaltestelle ist? Oder kommt da noch so ein Ding runter? Okay, es kommt noch so ein Ding runter, dann behalten wir erstmal... Wow, der hat mich erschrocken. Dann behalten wir erstmal Spongebob, wollte ich sagen. Hier haben wir Socke Nummero 16. Oh ja, der wird sich auf jeden Fall freuen. Bam! Oh, falsche Taste. Okay, Tor ging runter, das heißt wir müssen wahrscheinlich hier Kugelball Spongebob nehmen. Haben wir es schon geschafft? Wir haben es geschafft. Hier müssen wir uns wieder anschleichen an den guten... Ja, ich hab gesehen, die letzte Folge war ja doch bloß 16 Minuten lang. Habe ich mich etwas verschätzt, aber naja. Dafür hängen wir heute noch zwei, drei Minuten dran, dann sollte es ja wieder passen. Ich wollte ihn eigentlich mal mit Blasenbowling holen. Sehr cool. Endlich haben wir eine Fernkampfwaffe von... Oder mit Spongebob. Das macht uns das Leben etwas leichter. Hier drüben brauchen wir definitiv diese Handy. Aber hier könnten wir natürlich erstmal rüber. Wir müssen bloß schleichen. Dann schleichen wir uns gleich noch an ihn ran. Ah, der hat uns gehört. Für einen Bungee-Sprung 2400. Na, machen wir doch. Wir haben genügend. Wo ist Bungee-Sprung? Ah, hier. Hat er sich automatisch da dran gehangen, wenn ich hingesprungen bin? Ja, ne? Ja, ein Glück. Oh, okay. War direkt in der Fluglinie. Ich hab gar nichts weiter gedrückt. Das ist ja sehr freundlich. Das eine gelbe Ding hätte ich gerne noch da unten. Ja, ich komm gar nicht weiter vor. Warte jetzt. Okay. Ach, Mist. Welche Taste? Rechtsklick. Nee, Rechtsklick war die Taste zum Verlassen. Klatsch. Schön an den Arsch dran. Die Boxer-Schurz. Aber anscheinend mag das der kleine Spongebob. Man weiß es ja nicht. Er hat sich zumindest noch nicht beschwert. Gut. Dann nehmen wir uns jetzt die gute Sandy. Und klettern mal da rüber. Aber, lasst mich mal kurz überlegen. Wir sind doch von hier gekommen, ne? Nee, wir sind von da unten gekommen. Sind von da unten gekommen. Dann hat uns ja dieses Ding hochgefahren. Das hier. Also müssten wir auch noch hier rüber. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. So, bitte mach das jetzt. Ohne dabei irgendeinen Scheiß zu machen. Oh, das war knapp. Das wirkt zumindest immer sehr knapp. Den holen wir uns. Zack. Ach, sah das cool aus. Ah, da waren wir etwas zu nah dran. Aber dafür mit einem richtig, richtig coolen Move den schlafenden Roboter geholt. Kommen wir hier hoch? Ja. Nummero 4. Dort haben wir noch einen goldenen Pfannenwender. Komme ich dann hier hoch? Ja. Hier sind wir richtig. Lass mich mal kurz gucken. Nicht, dass hier vielleicht manchmal noch eine Socke versteckt ist. Man weiß ja nie. Wäre nicht das erste Mal. Achso, wir sind jetzt hier wieder bei Gary. Wo war denn? Da drüben war der Pfannenwender. Wie kommen wir denn da drauf? Das ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Weil von dort kommen wir ja nicht hier rüber. Nö. Ach Mist, jetzt sind wir echt hier unten wieder. Ich komme jetzt gar nicht da hoch. Sah gar nicht so hoch aus nach dem Unterschied. Also nach Höhenunterschied. Aber hat uns doch bestimmt ein, zwei Minuten Laufweg gekostet gerade. Ist das Tor jetzt noch offen? Oder müssen wir jetzt nochmal Spongebob nehmen und uns hier lang rollern? Aber es sieht glaube ich ganz gut aus. Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Dann fahre mich bitte wieder hoch. Hallo? Na jetzt. Hat nur ein bisschen länger gebraucht. Nicht das Neueste. Da ist der Pfannenwender. Ich würde sagen, wir spielen erstmal hier drüben weiter. Eventuell schalten wir ja noch was frei, wie wir dann dorthin kommen. Zumindest sehe ich gerade absolut nichts, was auch nur annähernd in der Nähe ist. Von dem wir runterspringen könnten oder sonstiges. Na gut. Dann lasst uns mal in die andere Richtung weiter gucken. Dann lasst uns mal in die Richtung. Hey. Hey. Hm, klingt ganz stark nach einem schmutzigen Trick. Und so wie wir Plankton kennen, ich finde zwar nicht unbedingt, dass das aussieht wie eine abgefahrene Waschmaschine, aber naja. Sie hat halt eine blühende Fantasie. Okay, also einmal hier hoch. Hier rüber. Dann holen wir den noch in der Luft. Ach, die Moves sehen immer cooler aus. Gefällt mir. Äh, hallo? Wo kamen denn die jetzt alle her? Wir sollen die ja einschalten, hat er gesagt, aber... Ach Mist. Das war fies. Der hätte uns fast hier runtergeworfen. Wir machen erstmal hier rüber, machen und den D1000 hier kaputt. Oh, das sind einfach zu viele auf einmal. Hier haben wir Nummer 5. Und den holen wir uns noch. Und zack. Okay. Nummer 1, 3 oder 4 Stück. Wie viele waren es? Hat er erst gesagt. 1, 2, 3. Und die leuchten dann oder lasern dann alle zudem in der Mitte, ne? Also es sind's wahrscheinlich 3. Geht's jetzt hier noch weiter? Nein, ne? Ne, wir müssen wieder... Geht wieder komplett zurück. Okay. Fahr mich bitte ein Stück vor. Vielen Dank. Ich bin zu hoch geflogen. Habt ihr das... Habt ihr das gesehen? Direkt an dem Teil da oben. Ah nein, komm schnell rüber. Aber das schaffen wir. Alles gut. Und schaffen wir das auch noch? Ja. Nein, wir sehen doch erstmal den da oben an. Sandy. Sandy, verarsch mich doch nicht. Ach, come on. Danke. Das hat uns eine Unterhose gekostet. Dein Fehlverhalten. Gibt's ja wohl nicht. Als wären diese Tickies gerade wichtiger. Als der Roboter, der uns versucht zu töten. Ich fass es nicht. Okay, wir kommen, glaube ich... Kommen wir hier hoch? Ja. Nummer 2. Das geht doch hier gut voran heute. Da die letzten Folgen auch... alle nicht so prägelnd liefen, sage ich mal. Beziehungsweise meine Verpeiltheit mal wieder... gesiegt hat. Wird's auch mal wieder Zeit, dass wir eine Folge etwas besser abschließen. Was haben wir da unten noch? Schaffen wir das? Kann ich den Propeller dann nochmal an... Ach nein, ich kann den nicht nochmal anmachen. Mist. Das hab ich... Hier kriegst du Hass. Vielleicht geht's ihm ja jetzt besser. War nur gut gemeint. Äh, okay. Dann machen wir nochmal hier hoch. Das war jetzt... Ah, jetzt ging's zum Beispiel doch... Ach Mist. Und jetzt wieder. Es ist wirklich keine Absicht. Und gerade hab ich mich noch gelobt, dass wir so gut hier vorankommen. Einmal ging's jetzt gerade. Da hatte ich's auch offen und danach... Vielleicht hat das was mit den Dingern hier zu tun. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt würde ich's sehr gerne schaffen. Dann machen wir halt in aller Ruhe runter. Dann holen wir uns hier noch... Hä? Was war denn jetzt? Ich hab weder die Taste losgelassen... Geht das vielleicht nur eine gewisse Zeit lang? Oh Mann. Was ist hier gerade los? Es tut mir leid. So, jetzt haben wir's. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, alles bloß für so eine dumme Socke für Patrick. Aber da ist dieses goldene Teil, was uns zu dem goldenen Funwender führt. Ha! Das war mal eine geile Kombo. Und dann geht's, glaube ich, hier drüben weiter. Das erinnert mich so ein bisschen an Spider-Man, wie die hier lange hangelt. Mischung gerade aus Spider-Man und Ratchet & Clank. Mit den ganzen kleinen Robotern hier. Okay, haben wir. Die Stickies lassen wir jetzt einfach mal kurz in Ruhe. Ah, nein. Geh weg. Der 1000 muss vorher dran glauben. Und hier drüben ist... Der Schalter. Ey. Warum kann denn der hier hochschießen? Gibt's ja wohl nicht. Ey, da... Na super, ich muss da dranhauen. Das war ja fies jetzt. Nr. 3. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass es stimmt, dass uns das jetzt einen Weg frei macht. Sieht aber stark danach aus. Einmal da rüben und dann... Da hinten steht Exit. Okay, Plankton hat nicht gelogen. Mal schauen. Vielleicht kommen ja noch... Kommen ja noch schlimmere Sachen bei raus. Dass wir zwar hier rauskommen, aber dafür die ganze Stadt kaputt gelasert wurde. Man weiß es nicht genau. Aber egal. Hauptsache, wir sind erstmal hier weiter. Ach ja, letztens war sie noch erfrischend. Jetzt kannst du es nicht mehr fassen. Frauen. Anspruchsvoll. Ah, und ständig eine andere Meinung. Das ist natürlich alles nur Spaß. Okay. Dann holen wir uns den goldenen Pfannwender hier drüben. Und dann... Ach, hier hinten ist. Dann Exit. Okay. Das heißt, schaffen wir das von hier? Nein, wir schaffen es nicht. Hä? Nein, er hat doch noch... Warum hat es dann aufgehört? Ach, verdammt. Es tut mir so dolle leid. Man muss aber auch mal Sachen ausprobieren. Und es ist ja glücklicherweise auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir mal sterben. Ich möchte euch immer nur die schöne Hand vom Kapitän zeigen. Wir sehen ihn an. Ja. Und danach ihn. Nein. Doch. Hätte vielleicht gereicht, wenn wir den ersten Donner-Tiki zerstört hätten. Vielleicht hätte es dann auch die Schlafenden gleichzeitig mitgeholt. Okay, kommen wir jetzt... Ach, vielleicht von hier oben wieder. Hier war ja vorhin das Bild oder die... Ah, ich glaube, das Bild war dran. Bam. Nummer 28. Sehr, sehr geil. Wir gehen straight auf die 30 zu. Und das nicht nur vom Alter. Okay. Schaffen wir das? Sieht so schwierig aus. Naja. Probieren geht über studieren, ne? Erwisch ihn. Nein. Jetzt haben wir ihn. Okay. Da freut sie sich da drüben. Hä? Ah, hier ist ein D1000. Hey. Hä? Das ist doch gar nicht mehr dein Revier hier drüben. Jetzt sind wir tot. Aber das ging doch gar nicht so weit in seinen Kreis. Wo sind wir denn jetzt? Nach hier wieder. Ach, Mist. Ich sollte mich nicht mehr loben, dass was gut läuft. Dann läuft es immer nur noch beschissener danach. So, nimmt er den jetzt mit da drüben. Ah, okay. Hätten wir uns einfach, hätten wir uns einfach einfach machen können. Naja. So, einmal wieder hier rüber. Dann auf das Teil hier drüben. Jetzt guckt mal, der Kreis von dem, der geht ja gar nicht bis zum Ende. Der hört ja da so ein bisschen weiter vorher auf. Oder sehe ich das verkehrt? Es sieht zumindest so aus, aber trotzdem erwischt er uns gleich hier vorne schon. Nein, jetzt erwischt er uns. Na komm. Dann müssen wir ihn so verprügeln. Hallo. Und jetzt kommt nämlich gleich ein neuer. Komm, gleich verprügeln. Ach, Mist. Ey, warum werden wir denn dann immer nochmal erwischt? Nein. Wahnsinn, das war ja echt mal richtig schwierig gerade. Aber wir haben den Checkpoint. Jetzt könnten wir doch so langsam mal wieder ein paar Boxershorts gebrauchen. Oh. Ja, das ist ja lieb von denen. Ah, nein. Ich sollte nicht in der Weltgeschichte blöd rumgucken. Komm, geh runter. Du auch. Nein, nicht bei mir explodieren. Einfach runterfallen wieder. Oder so. Wow. Ach, da ist der nächste D1000. Das ist echt eine fiese Kombo. Ja. Da hast du vollkommen recht, Sandy. So, komm. Visier ihn an. Hallo. Ey. Aber ich kann doch nicht schleichen. Warum visiert ihn nicht an? So, entweder soll ich hier oben drauf oder wieder so einen Sprung-Move machen. So hier. Ich glaube, das ist. Hä? Ah. Das Spiel mag mich heute nicht. So wie die letzten Tage schon. Jedes Mal, wenn ich so ein Ding erwische, kommt ein D1000 und legt es mir wieder hin. Dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen schneller durch, damit hier nicht die ganze Zeit wieder diese Dinger spohren, die Roboter. Wir holen uns noch schnell die Tickies und dann wissen wir ja diesmal, wie es funktionieren soll. Wo ist denn da hinten ist der D1000? Also wir müssen einmal den hier holen. Danach müssten wir eigentlich direkt diesen machen. Ah, okay. Und danach holen wir den noch. Hallo. Hör doch mal auf. Wie schnell die halt auch sind, dass die einem nicht mal ein paar Sekunden Zeit geben. Mann, Mann, Mann. Nummer 29 und 16.999 glänzende Objekte. Wahnsinn. Es läuft sehr gut. Und wir kommen hier wieder zur Innenstadt. Das müsste ja aber hier sein, wo... Wo wir angefangen haben, oder? Oh, wir sind wieder spongy. Mit vollen Boxershirts wenigstens. Nö. Die geben die dann ab. Wenn Sandy den Bus steigt, dann geht die nochmal schnell auf die Bustoilette. Und drückt dem guten SpongeBob die leckeren Boxershirts in die Hand. So, fährst du uns irgendwo hin? Ah, okay. Ach, stimmt. Das war das Ding. Wir sind doch hier hoch das letzte Mal, ne? So, dort ist auf jeden Fall Mrs. Puff. Uns fehlt aber noch ein Objekt. Ach, da hinten. Naja. Achso, den können wir ja eigentlich auch mit Bowling. Ah, das ist ja natürlich cooler. Also, bei den Dingern macht SpongeBob wieder mehr Sinn. Also, wir sehen, es ist für jede Situation ein anderer Charakter von Vorteil. Okay, dann haben wir hier noch Nummer 6. Und dann machen wir zur guten Mrs. Puff. und geben der den Spaß mal ab. Uh, vielen Dank. Was kriegen wir denn? Ein goldenen Pfannenwender. Nummer 30. Hey, es freut mich. Wir haben es geschafft. 30 sind da. Und jetzt kommt der Bus und fährt schnell weg. Das finde ich witzig, dass sie das mit implementiert haben. Das war eine Folge, an die ich mich noch sehr gut erinnere, weil ich wirklich damals Angst hatte um SpongeBob. Ob der überhaupt wieder nach Hause kommt. Ja, wir müssten eigentlich wieder zum Taxi. Ich glaube, das war es, oder? Also, hier rechts sind wir ja gerade hergekommen. Geradeaus ging es ins Museum. Und links den Weg sind wir doch, glaube ich, auch gegangen, ne? Ich würde sagen, wir gehen erst mal zurück und gucken natürlich auch nochmal in den Keller vom Altersheim. Was ich zwei Folgen vorher ja leider etwas verpasst hatte. Ach, das ist sogar direkt dort. Hier ging es gerade diese Steigung hoch, wo der Bus dann hochgefahren ist. Das war direkt die Stadt, in der die Folge gespielt hat. Okay. Das ist mir tatsächlich jetzt erst bewusst geworden. Aber es macht Sinn, es war ja die dunkle Stadt. Abends, spätabends. Okay. Altersheim war hier drüben. Und dann gucken wir uns dort mal die Couch etwas näher an. Etwas näher an. Ja, sie ist immer noch der King am Wielen. So, liebe Couch. Ist das die Couch? Ne, das ist die Couch. Ach. Moment. Hä? Ich hatte gerade so ein bisschen Erinnerung, dass das ja damals auch so war bei Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube. Dass die Couch sich dann gedreht hat und die sind nach unten nach unten halt in den Keller gekommen. Aber ich versuche gerade alles. Ich wüsste nicht, was noch. Ich kann den Move. Ich kann den Move. Ich kann hauen. Und Blasenbowling können wir machen. Hm. Tja. Oder doch hier das... Moment. F zum Reden. Ne, bringt ja nichts. Ach. Wir müssen einfach mit ihm reden. Die Heldenhöhle betreten. Ja. Sah ja witzig aus. Ob wir jetzt das unsichtbare Bootmobil finden. Ich bin gespannt. Transportkiste brauchen wir nicht. Also generell Transportkiste haben wir bis jetzt... Na doch, haben wir in der Innenstadt von Bikinibot ein paar Mal gebraucht. Okay. Vereint. Und... Und... ... ... wie er mit seiner Nase da hinten die ganze Zeit rumschlabbert. Hmm. 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 Ja, sehr schön, dann machen wir das doch mal. Ja, wir sprechen mit dem guten Computer und holen uns natürlich die Kontrolle über die Sicherheitsanlage zurück. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, halt doch mal die Klappe jetzt. Bin mir nicht sicher, ob ich, ah, nicht auf Rot, wenn ich auf Rot laufe, kriegen die es mit? Ne, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, oder? Ah, okay, es tut weh. Wir hätten vielleicht einfach das Schild lesen sollen. Tritt nicht auf die Felder, ja. Okay, Entschuldigung. Geh doch weg. Diese Stangen sind Stromgeneratorin. Du darfst weder sie noch den Energieboden berühren. Okay, the floor is lava. Was mit ihm? Was ist da? Ein Schwammköder. Oh nein, keine Roboterhunde. Explodierende Roboterhunde. Und ein Cowboy-Western-Roboter. Mit einer Magnum. Die ein Knochen ist. Oh je, wir gucken mal. Dieser Roboter heißt L. Hello, my name is L. Oder nein, hieß das? My name is L, hieß das, ne? Nutze Blasenbowling, um ihn zu besiegen. Okay. Ach, okay, der hat böse Hunde am Start. Okay, wir können ja hier von der Stufe machen. Das ist ja eigentlich relativ entspannt. Trifft das überhaupt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ey, der fliegt weg. Gibt's ja wohl nicht. So ein Feigling haut einfach ab. Brauche ich denn unbedingt Blasenbowling? Kann dem auch so eine reinhauen. Braucht kein Blasenbowling. Ja. Na, ging doch auch so. Ja, ist der Computer, glaube ich. Weiß nicht, ob das als nächster Raum zählt. Oh nein, das ist bloß Deko, ne? Ne, okay, ist wirklich nur Deko. Na gut, wie sieht's denn aus? Wir sind bei 24 Minuten. Da haben wir die vier Minuten wieder aufgeholt, die ich letzte Folge zu wenig gemacht habe. Ich denke, so sollte es doch passen. Vielen lieben Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19.30 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. 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 Bis dahin, macht's gut.